Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute helfe ich euch mit der Herausforderung Zerstöre Hundehütten Landet dafür am besten bei Holly Hedges bei diesem Haus da hinten ich laufe da jetzt direkt hin dann habt ihr da schon die erste Hundehütte, die ihr zerstören könnt lauft dann hier aus hier her teilt ihr da schon die Piste könnt ihr aufmachen und looten dann weiter geradeaus hier hin dabei findet sich nämlich noch eine Hundehütte die ist jetzt ein bisschen weiter weg, aber das ist ja nicht so schlimm da seht ihr schon die nächste Hundehütte dann habt ihr auch schon drei zerstört falls irgendeine davon schon weg ist lauft ihr einfach hier hin hier ist noch eine ich glaube dass die letzte ich glaube in Holly Hedges gibt es insgesamt 4 4 4 4 Leute, wenn ihr euch geholfen habt, dann würde ich mich über einen Dom noch umfragen über ein kostenloses Abo eine aktive Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ciao 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 Ciao